ja ich habe ihn noch ich yo leute was geht und willkommen zurück zu NEED FOR SPEED NEED FRIENDER ja letzte folge ich habe gerade gesehen es hat mir nicht gespeichert weißt du warum weil diese rennen die haben dann wieder gemacht letzte folge aber egal wir machen jetzt ein paar nachtrennen auch solche haben wir schon gemacht haben Freunde weil wir können die Hauptstory noch nicht machen wir müssen leveln Performance Bewertung müssen wir 139 also da brauchen wir noch 10 Punkte das ist kein Ding aber rep stufe 7 und welche stufe sind wir eigentlich sieht man das irgendwo stufe 2 scheisse was also daher müssen wir wirklich noch ein paar nachtrennen machen wir mal diese nachtrennen ja tut mir leid dass mir das Restzeit kein ist was tut mir kaum aber es kommt jetzt dann wieder rechtes und vielleicht schaue ich ob ich diesen offstream level mache mit diesen rennen mal schauen was wir heute soll reißen in dieser Folge mal schauen was wir heute soll reißen in diese Folge mal schauen was wir heute sollen wenn ihr noch reißen in diese Folge Jetzt ist das gar nicht so schlecht, auch der Gratopete muss über rechts abbilden. Das sind diese kleinen Fehler, die wir hineinkommen. Ja, ich habe ihn noch, ich habe ihn noch geholt, geil. Und jetzt haben wir gerade die Kopf, ne? Geil. Ich bin jetzt hier zu. Ich habe ihn gerollt, oder? Ah, moin! Aber jetzt sind die Karten. Jetzt sind wir am Tag oder gar nicht. Ich tue für sieben. 440... Alter! Jaaa! Da haben wir noch einen. Der Tuning-Shop bietet dir ein paar Upgrades an. Was hältst du davon? Alter Lotus! Das ist krass, Mann. Was hältst du? Das ist nicht der Tuning. Das ist nicht der Tuning, das ist. Das ist gar nicht so, was ich. Ah, ich habe ein paar Level 4. Hier fast 5 Eingebaut, ah scheiße, das haben wir ja Oh geil, wir können den für 13.000, dann bauen wir ein Neuer Motor ist drin Geil Was ist bei Optik? Ah, das ist nicht das Ja, komm es Ok 1,3 Kann ich das Sport einbauen? Ah, Stufe 6 Perfekt Der Racer schon so, dann gewinnt 2 Nacht-Events Ja, genau Das Spiel ist Tag ein Schauen Was wir da tun Am Tag Wir haben ja auch noch Herausforderungen Von bis hin Am Tag Jetzt haben wir ja Ein bisschen stärker Motor drin Das ist natürlich nice Hey, eins meiner Trainingsrennen steht an Falls du also Lust hast Klar, schick mir die Details Mach ich sofort Wir sehen uns dann in Downtown zur Strecke Mir nach Oh, der andere Teil Die nächste links Ah, nicht Lukas diesmal, hm? War ja klar Okay, rechts Ist denn hier im Link? Bieg rechts ab Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen Lukas und ich sind im gleichen Alter Auch wenn er eindeutig verlebter aussieht Bieg hier links ab Auf der Strecke, zu der wir gerade fahren Sind wir zu Racern geworden Ich glaube, es ist eine Art Wasseraufbereitungsanlage Da hat's gestunken wie in der Hölle Weshalb sie perfekt war Dreckige Luft und freie Straßen Einmal ist Lukas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet Aber keine Sorge Er ist inzwischen abgedeckt Ich muss sagen, nichts zu spätestens Jetzt nach rechts Jetzt veranstalte ich ihr Trainingsrennen für die Neuen Damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert Und wenn du mich beeindruckst Hab ich vielleicht was für dich Um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen Oh Gott Klingt großartig Bleib an mir dran Oder geh selbst in Führung Oh Gott Oh Gott Hallo! Ah, nein 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 Dix Bleib bitte hinten, danke Ja weisst du Dann ist es mir auch nass Ich sag dir mal bye Ich hätte dir gestern auch nichts gewonnen Ich hätte dir gestern auch nichts gewonnen Alles okay bei dir? Ja ja, bestens Ich weiss nicht nur, dass ich äh Fast letzter bin, aber egal, ne? Hallo? Oh Das geht doch mal Hey, bist du noch im Rennen? Hey Digga, halt die Fressetags Ich zeig dir wo es lang geht Ich zeig dir wo es lang geht Oh Mann, wie sind da alle da vorne? Oh Scheiße Oh Scheiße, ey Okay, wir haben auch schon Das darf ich jetzt noch Oh Scheiße, ey Okay, du bist eindeutig ein Racer Doch um zu gewinnen, musst du etwas mehr geben Ja, das ist mir klar, ne? Nein Warum? Warum? Muss ich wirklich gewinnen? Muss ich wirklich gewinnen? Biss er wieder gratis Und dann verdient ich die Kontrolle über den Wagen Ah was ist das Mann? Oh Mann Was ist das? Ey Digga Versuch dran zu bleiben Ja, wenn ich so, ey Ich komme immer in Schleudern Wenn ich driften will Ja ich den letzten wieder, geil Ich bin der letzten Ender Ich bin der letzten Ender Aber das ist scheisse Ich bin der letzten Ender Genau so Und dann geht nichts mehr Ach, ich bin der Scheisse, Mann Oh, fuck off, ey. Ganz schlecht, ganz schlecht so. Alle sind da vorne, alle aber nicht, nein, ich hole ihn natürlich nicht auf. Oh, ich bin verarschen, Leute. Oh. Das ist scheisse so. Das ist scheisse. Komm schon, versuchen wir es noch mal. Nee, ganz ehrlich. Das kriegst du nicht hin. Nein. Ich wollte sagen, das war's für diese Folge. Ich habe voll ein Nied von Spitz hier. Wenn es auf Gefahr nicht losgegeben wird, dann kommen wir da, lassen aber da. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, halt rein. Ciao.